Herzlich Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Hallo! Mit der Lu wieder und wir wollen online fahren Ja Wir wissen immer noch nicht wer Schatzo ist, wir vermuten dass das mal ne böse Seite ist So jetzt haben wir das Intro fast wieder so wie vorhin Nur ohne das Fett Ohne das Fett So Gut Ich wollte Rosalina, Rosalina 2 gespielt So danke, das Intro ist jetzt komplett Und alle so abschallt, was labert der? Was? Ah Bärchen! Ja das Bärchen Auto ist da So ich hoffe dass meine Ryu diesmal nicht Oh nein Ähm Was hab ich das letzte mal genommen? Das Pling kommt von mir wenn ich so mache Achso Ich fühl mich immer so unter Druck gesetzt Ähm Was hatte ich genommen ne? Das blinkt aber wirklich Das war ich Boah Lass mich fertig im Kopf, machst du nicht Gut wie viel haben wir denn? Huch Huch Ja 12 global ist normal Ui Was wollen wir nehmen? Ähm Nicht das Ich mag den Ich hasse das Oh Die wollen den alle Ich hasse die Strecke Ich find den awesome Die ist doof Ich fall Oh Oh Bitte die Flughafenstrecke Ich mag die Ich find die awesome Lieber als zuckersüßer Canyon War ja klar War ja klar War ja klar War ja klar So ist einer aus der Community dabei? Das wäre jetzt sehr schnell Das war sehr schnell Weil ich habe vorhin jetzt auf Twitter geschrieben Ganz viele Spanier Ja also wenn man das mitbekommen will, wann wir aufnehmen Dann muss man noch Twitter folgen Twitter Twitter ist immer gut Ja Twitter gut Oder halt 24 7 seine Vio Oder 24 7 die Vio anhaben Und immer bereit sein zu joinen Ah Mario hat mich gebumst Mario hat mich gebumst Das Wickler Card fehlt mir auch noch Oder habe ich das? Nee hast du nicht Wollen wir zu wissen was ich habe? Weil ich das weiß Wieso magst du diese Strecke nicht? Weil ich mir da nicht zurechtkomme Ich bin schlechter Bist du schlecht? Das ist supergeil Ich find die voll kackendoof Oh was ich grad doof finde ist dieser Bobbomb Oh Gott Ich hab jetzt die weg Ja Die hab ich auch freigespielt Nee Weil ich die wirklich nicht so cool fandest Ja Tuch das mein Dingchen Oh ich Irgendwie sammle ich grad keine Münzen Oh nein Luigi Na du Sau Wegen dir bin ich Ach ne das passt da gar nicht du Ich bin das nicht Ich bin Rosalina ne denk dran Der ist auch Rosalina Deshalb hab ich gedacht du wärst das aber Der Spanier hortet hier die roten Panzer Ich weiß gar nicht warum Ah Hilfe Ah Boah Die Sau Wie gemein war das denn bitte Wie viele rote Panzer gehen denn hier grad ab? Ja voll viele Oh Gott Oh Alle haben hier rote Panzer Das ist richtig schlimm grade Das ist richtig schlimm grade Also manchmal ist das ein bisschen unfair Hier Oh was Really Ja Ich bin immer noch Elfter Ja ich war ich war eigentlich Sicher dass es zwölf waren? Das sind doch mehr Ich bin doch nicht vorletzter Nee War grad voll viel hinter mir Mehr als zwölf können sie eigentlich sein Ich drehe durch ey Weißt du ich war die ganze Zeit irgendwie erster, zweiter Und jetzt Ich achte Und ich überhole dich noch komm Ich bin in Ruhe Ja Okay ich lass dich in Ruhe Wenn ich dich überholen darf Nein Dann nicht Du hast Nein gesagt Dann hab ich Mario mit dem blauen Panzer getroffen Ach du hattest den geworfen? Ja Okay Das ist grad alles explodiert Ah was? Jawoll den Korsen getroffen Hab ich schon Gib mir doch mal aus dem Stuff Aber mir hat das nichts gebracht Weil der Korsen auf einem Beatding getroffen wurde Mhm Das ist grad echt deprimierend Dass ich jetzt so weit hinten bin Ich bin auch weit hinten Ja aber am Anfang war ich so weit vorne Ich bin sechster Oh auf dem Band liegen ja auch Items rum Ja wenn da jemand gestorben ist Ne Die Flieder fahren da einfach lang Neu Da fährt ne Banane Ein Pilz So ein Mist Hast du das nicht gesehen? Ne Da vorne eine Banane Danach der andere Kiste ein Pilz Das war jetzt sehr enttäuscht gerade Das hat mich jetzt Das war kein gutes Rennen Ich hasse diese Strecke Ich mag sie Oh Ich find die schön Doof Ich fahr die gerne Auch wenn ich grad so schlecht gefahren bin Wie die sich immer freuen Die Mies sind allgemein immer so glücklich Die Mies sind allgemein immer so glücklich Welche wollen wir nehmen Wow Wow Guck mal der Juli Darf der überhaupt schon fahren? Es ist erst Juni Verdummt Guck mal G und C Haben wir noch einen dabei? Was? Einer ist GII und einer ist CII Die Wir fahren bestimmt zusammen Die kommen auch beide aus UK Die kommen auch beide aus UK Beide die gleichen Reifen Ja wollte ich gerade sagen Und eine sind viel fetter als meine Weil ich ein geiles Moppet habe Nein weil du dick bist Stimmt weil ich Fahrerklasse groß bin Ja Ist bei Rosalina irgendwie nur wirklich auf die Körpergröße zu Nur weil sie so lange ist weißt du? Ja aber Peach zum Beispiel ist ja mittel Oh Rosalina ist fett Ah Salina ist nicht fett Guckst du sie an? Ich werd immer hier reingestummt Wo ist die fett? Schatzi Ah Da war ein Bobbomb Nein der ging an Nooo Ich wollte gerade sagen Kann dein roter Panzer mal den Briten da treffen und nicht mich? Hat er doch Ja hat er auch Aber der wurde mir angezeigt Du bist doch voll weit weg Ne ich bin da vor dem Gewögen Ich komme übrigens gerade überhaupt nicht zurecht Warum? Ein schlechter Ups Nein andersrum driften Oh mein Gott Scheiße Hast du mich jetzt überholt? Ne Oh was? Wie hab ich den da jetzt nicht getroffen? Habe ich schon Ich muss doch mal besser werden hier ist ja schlimm Ah nein Oh Gott Beinah noch gegen die Banane Oh Gott Das wär zu episch gewesen Wenn ich da so durch den Dings gefahren wäre Ach ja Die Lu hat mich überholt Ja Nicht gut Ich grad super geil abkürzen konnte Nein es reicht nicht Oh doch es reicht Hi Hi Danke für deinen Windschatten Bitte Ich bin grad voll verwirrt Wow Oh Oh Keinen Trick gemacht Oh nein Huch Huch da konnte ich einen Trick machen Oh Hätte ich vielleicht lieber hier einsetzen sollen den Pils Vielleicht Damit Vielleicht Vielleicht Hättest du das Oh Gott die sind alle zu gut Hast du noch keine CPUs? Oder ich bin einfach grad zu schlecht Der blaue Panzer wird auch von der Lu Ja Und der Tintenfisch von mir Yay Miao Auch Münzen Auch Items Oh perfekt Oh wie sie einen Stern hat Und durch die Mitte fährt Oh Überhol ihn Oh Oh nein Das war gut Oh was Das überholt mich Oh was War das der Blumen oder der rote Panzer? Der rote Panzer Okay Wow der Brite so Ich hab wieder neunter Siebter Wenn das so bleibt Oh nein Nein der bohlt mich nicht Der Bullet Bill Nein Ist trotzdem Punktabzug Ne neunter war null glaube ich Ah null Ne plus eins war es jetzt sogar Ja weil wir zwölf sind wahrscheinlich Ja weil wir zwölf sind Ja stimmt Wir sind ja zwölf Stimmt kriegen die letzten drei irgendwie minus oder nein Sind ja zwölf Irgendwie sowas Äh Eiskaffee Ja Wie wir beide grumpy sind Ja weil wir so schlecht sind Da ist wieder einer Guck mal der Kies wieder da Und der Cyber Yolos Auda Guck mal ich erkenne sie schon an den Mies Das müsste auch Das ist der Spanier So welchen Wort auch kommt der Sonnenflughafen Nein Über die Wario Arena Hä Hä Cybercook ein bisschen dicht Ein bisschen Ein bisschen zu viel geraucht Ja Kommt vor Hallo was ist hier Ähm Könnt ihr mal Bitte warten Könnt ihr mal Da war doch grad schon Countdown Warum Ist mein Internet wieder kacke Oh nein Alle Mies stehen bleiben bitte Tsch Na toll Na super Ah was ist denn los ey Nochmal Schnell wieder rein Also Irgendwie Irgendwas stimmt da nicht heute Schau beim Warten zu Hm Das ist das Wetter Huch Sind wir jetzt in der Oh jetzt sind wir auch noch im anderen Im anderen Raum Ja das tut mir leid Das ist jetzt natürlich kacke Sind wir Wo sind wir denn da in der Liste Wir müssen jetzt erst denen zugucken Oh das ist ja lame Ja Die fangen grad erst an Du bist beim nächsten Rennen dabei Die fangen grad erst an Ja so ist das halt manchmal Ne Was ist das für ein Scheiß Tu so Voll kacke Ja wie mies ist denn das Ja Manchmal ist halt grad Nichts frei Aber da hätten wir doch reingepasst Da waren zwei die nicht eingeteilt waren Wie zwei die nicht eingeteilt Da waren nur Player Player Ah hier dürfen wir wieder Ah Oh Gott Hi Du machst mir Angst Hi Hallo Hallo Na kommt Leute macht hin Es ist ein Deutscher Der Borg man Ist mein Internet echt so kacke Ist noch welche weggeflogen Okay Die Wii ist doch schon mit Kabel verbunden Ich hab auch gehört Ich hab schon gehört Wi-Fi soll manchmal besser sein Bei der Wii U als Kabel Super Das ich mir eigentlich nicht vorstellen kann Aber Oh nein das ist ein Japaner Oh shit Oh fuck Welche bei die mit den über 2000 Punkten ne Ja ne Ja ne So Erfahren wir da welche mit Mies Ist das ekelhaft Wie kitt Ich hab gepennt Ich hab nicht richtig gedrückt Warum bin ich eigentlich als erster gestartet Wie wird das denn Keine Ahnung Wie wird das denn festgelegt Uh Warum hat das nicht Oh 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 was Was tue ich Was tue ich Die Animation von den Fahrern ist manchmal sehr merkwürdig Fällt mir grad auf Oh Von Weitem die Animation ist manchmal sehr komisch Hi Hi Hast Glück gehabt Mich nicht nervös Was denn Ach man jetzt wurde die überholt Oh was Oh ich hab gar nicht drauf geachtet was ich bekommen hab Aber hab einfach gedrückt Was hast du denn gehabt Ein Pilz Sehr gut Wow Ich bin so verwirrt im Kopf gerade Ist richtig schlimm So ich bin Fünfter Oh Gott War ein schlechter Boost Und da krieg ich den Morvushügel nicht mal Ich hab auch voll doof geboostet gerade Der erste ist wieder so ewig weit weg Ist aber nicht der Japaner Der ist nämlich hinter mir Sowas aber auch Oh 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 Ah was Durch den Busch kann ich nicht fahren Ich hab nen Stern man Wie durch den Busch kann ich Oh Ich hab einen Oh Ich hab einen Oh Ich bin so schlecht Ich bin Zweiter Wuhu Ah, schön Mann Minus 4 Oh, armes Knopf Es tut so weh Eiskaffee? Nein Ich glaube, da sind welche nachgekommen Ja Nee, der Player Sweeney Okay, welchen wolltest du? Mario Yoshi Tal Mario Abfahrt nehmen sie immer alle Yoshi Tal ist doch lamey Das ist awesome Ja, stimmt Ich mag es schon irgendwie In a way In a way Ich habe immer mit meinem Ausgeweis Ich habe so Nee, Fias Einmal Sveni Claire sind dann die ohne Ohne Account All die Dingsi, ne? Die Gäste Ah Ja, ja, okay Mäp Ich finde das voll gut, dass man jetzt auch hier mit zwei Accounts fahren kann Ja Und der andere auch Punkte sammeln Ja Ja, das ist schon sehr cool Ja, halt auf der Wii gab es ja das Account-System noch nicht Deshalb ging das halt auch nicht Wichtig Danke, lieber Mie, dass du mich geblockt hast Sonst ist mir ich runtergefallen Hui Ja, Fenrir Oh Na du? Hallo, hast du gesehen, wie ich noch an dem Ding hin Sind die gerade fast runtergefallen? Oh Gott Oh Gott Schubst dich mal runter hier Oh 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 Nur weil ich dich noch erwischt habe Das war knapp Wow, mit Windschatten noch Wo kommt der denn jetzt hier, der eine? Wo kam der denn her? Wo kam der denn jetzt? Feuerbälle Überall Stern, da kommt ein Stern, da kommt ein Stern, da kommt ein Stern Hm Kriege ich's? Ah, jawoll Das war knapp Ja Oh, ich will nicht da runter, dass der Panzer Da ist auch noch so eine Strecke Ja Da ist ganz schön, wie man da hinkommt Tausend Wege hier immer Hallo Fenrir Aua, ich hab ein Pilz Oh, was? Da kann man ja runterfallen Wisst, da kann man Das ist ja Oh Gott Ja, natürlich fahr ich jetzt Und den Kann Fenrir mal so eine Kackblume verlieren? Oh Gott Fenrir und seine Kackblume Fenrir und seine Kackblume Oh, Donkey Kong Wirst alle mal rechts fahren, wegen dem Boost Na, ich bin grad falsch gefahren Ich nehme hier nur die Baumstämme mit Nein, Baum Oh Gott Ah Haha Ah nein Hast du den Blitz gezündet? Ja Du Sau Ich bin grad voll hinterher War ganz gut mit dem Blitz So weit hinten bist du? Ja Okay, jetzt hab ich gepennt Bin gegen die Fahne gefahren Nein Nein Hier ist grad voll Party, weil sie alle hier sind Juhu Natürlich hab ich jetzt kein Item gekriegt Was hat mich da erwischt? Was? Oh Gott Nein Alles schon Alles schon Schneller Ich hab mir fast das Item gekriegt Schon wieder kein Item gekriegt Danke Oh Gott, wie schlau in die Pilze, Mann Oh mein Gott Fünfter Vierter Jawohl Ah, das war scheiße Vario furzt nur Wenn man bei dem hupt Habe ich die vier Punkte minus wieder rausgerichtet 13,37 Punkte Yes Yes Ich fahr nie wieder So, ich wende dich hier bei dem Part Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal